ja moin moin und herzlich willkommen hier zu einem kleinen vlog in san diego wir sind in san diego wir sind mit der bahn nach san diego gefahren und jetzt sind wir hier auf der san diego comic-con die san diego comic-con in hannover wir sind in der in hannover war schon jeder in hannover jeder war in hannover alle waren in hannover heute comic-con da hinten geht es gleich los und ja wir schauen einfach heute mal rein was da so abgeht vielleicht geht hier ja was ab wir sind jetzt hier am start wir haben nur fünf stunden lang am eingang gestanden nur neun jetzt sind wir drinnen und jetzt in san diego und jetzt gucken wir mal was auf jeden fall hier abgeht wir sehen uns gleich und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020